Die Lidl-Family und der Prospekt der Woche. Heute Herbstputz. Wollen wir wirklich? Wir müssen putzen, basta. Pasta? Hier gibt's welche von Barilla für 99 Cent. Nicht ablenken, aber nach dem Herbstputz haben wir bestimmt auch Hunger. So nämlich, bei Viennetta-Eis zum Nachtisch kannst du auch nicht widerstehen, oder? Im Gegenteil, Favoriner-Butter-Spekulatius dazu? Ist denn schon Weihnachten? Ich dachte an Herbstputz, nicht Adventsvorbereitung. Als ob du zu Spekulatius jemals Nein sagen würdest. So ein norddeutscher roter Grütze mit Vanillesoße aber auch nicht. Ist doch ganz einfach. Mehr aufräumt, mehr Nachtisch. Ja, dann los. Der Akku-Hochend-Easter von Parkside kommt uns gelegen. Schau mal. Sogar Preishlight der Woche. Und mit Lidl Plus sparen wir noch mehr. Guck, beim Live-Shopping können wir uns Tipps holen, wie wir unseren Garten fit für den Herbst machen. Perfekt. Da schalten wir auf jeden Fall ein vor dem Einkauf. Wie nennt man die Mischung aus Laubbläser und Staubsauger? Laubsauger? Kein Witz. Lidl verkauft wirklich diesen praktischen 3-in-1-Akkulaubsauger. Ha, und online gibt's noch mehr. Der Garten ist aber nicht der einzige Ort, der ein Makeover verdient. Jetzt, wo die Freibadsaison vorbei ist, verdient das Badezimmer auch wieder etwas mehr Liebe. Diese stylischen Badaccessoires passen wunderbar zu unserer Einrichtung. Und es gibt eine 3-plus-1-Gratis-Aktion. Okay, das reicht. Nachdem wir den Garten und das Bad verschönert haben, machen wir uns einen entspannten Abend, ja? Ja, ja. Und was sind deine Lieblingsangebote der Woche? Entdecke sie jetzt selbst auf Lidl.de Lidl lohnt sich.